Hallihallo mein Lieben, willkommen zu einem neuen Haul. Wir waren bei KICK und waren auch sehr erfolgreich. Es gibt nämlich bei KICK gerade 50% auf bereits reduzierte Ware und da haben wir natürlich ein bisschen zugeschnappt. Ist so gemischt und ich würde euch einfach jetzt zeigen, was wir jetzt gekauft haben. Ich werde immer den reduzierten Preis sagen, was es normal gekostet hat und beim reduzierten Preis müsst ihr halt immer 50% wegrechnen. Genau, dann habe ich einmal eine orange Jacke. Ich habe auch für Liam Thais echt schon größer gekauft. Ihr wisst ja, ich kaufe immer ein bisschen größer, damit es reicht. Genau, 3,99 im Sale. 5,99 hätte es normal gekostet. Und zwar ist es so eine Spieljacke mit einem Controller drauf. Hier ist noch so eine Schrift. Den fand ich ganz schön von der Farbe her und dem Farbverlauf, den fand ich richtig schick. Genau. Ich passe jetzt einfach mal auf den Boden. Dann durfte eine kurze Hose mit für den Sommer. Die hätte normalerweise 5,99 und war reduziert auf 3,99. Und da würde es halt zu 50% dann immer wegrechnen. Und zwar ist es eine Popotool kurze Hose und ihr mag Popotool und deswegen durfte die mit. So eine locker, flockige, wir möten das mit Bunt ganz gern, weil dann drückt die nicht so. Dann habe ich einen roten Pullover mitgenommen. Der hat normalerweise 5,99 gekostet, war auch auf 3,99 reduziert. Und zwar ist es so ein roter Pullover mit einem Krokodil drauf. Das fand ich ganz cool. Die Farbe ist auch schön. Dann haben wir eine Hose. Ich muss auch sagen, dass die Tüte da runterkommt. So eine Hose, die hat gekostet, normalerweise 7,99, war auch 5,99 reduziert. Das ist auch hier mit so einem Bund. Und das ist hier aus dieser Style mit Mönchchen. Hinten sieht sie so aus. Genau. Dann haben wir ein T-Shirt, nee, Pullover. Popotool, hätte normalerweise 5,99 gekostet, war auch 3,99. Und zwar ist es ein blauer Chase Pulli. Markeliam sowieso, da steht dort total drauf. Genau. Dann eine Graul-Jeans. Ups, die ist cool. Die kostet normalerweise 7,99, ist auch 5,99 reduziert worden. Und zwar hat die auch so coole Bündchen. Guck mal, an den Knien so Teile. So richtig cool, oder? Gefällt mir richtig gut. Und die ist auch richtig locker, leicht. Nicht so schwer. Dann haben wir hier noch eine Jockingshose. Die hat auch 97 gekostet, 5,99 reduziert. Und zwar ist es so eine blaue mit gelben Highlights. Hier ist noch sowas drauf. Was ist denn das? Wie so ein Wort-Zone, irgendein Bagger oder was. Genau. Dann machen wir weiter mit einer Dino-Hose. Die hat gekostet, auch 97,99 von 5,99 Cent. Und zwar ist es wieder hier mit diesen, ne? Und diesen, diese Teile. Und da sind halt lauter Dinos drauf, das seht ihr ja. Das könnt ihr ja sehen. Dann haben wir eine Hose. Ups. Ist auch cool. Auch 97, war der gezielt auf 5,99. Und die hat solche Bündchen. Ja. Hier ist auch sowas drauf. Können wir sehen. Baustelle. Drauf gedruckt worden. Hier kann man hochkränpeln. Ganz schick gemacht. Huch. Du kommst ja aus dem Pusche. Dann habe ich ein Pikachu-Pullover gefunden. War 5,99 auf 3,99 reduziert. Und da ist der Pikachu drauf. Ist das nicht süß? Mir mag ja Pikachu und Pokémon gerade auch gerne. Ist halt hoch im Kurs. Dann eine Hose. Die war, kann der Normalpreisleiter nicht mehr sehen. 9,99 anscheinend. War dann auf 6,99 reduziert. Hier Spider-Man. Hier ist eine Schrift drauf. Und hier ist der Spidey drauf. Genau. Einfach eine normale Jogging-Sauce. Dann haben wir hier ein T-Shirt Fit Lea, glaube ich. Ja, Fit Lea. Ja. Ähm. Weiß ich nicht. Ich glaube 5,99. Ja. Und 3,99 reduziert. Und zwar ist es ein Mickey Mouse T-Shirt. Ganz schlicht. Mickey drauf. Fertig. Dann haben wir hier ein Pum-Put-School-Pullover nochmal. Der war auch 5,99 und 3,99. Ich glaube, die richtigen Schnapper kommen zum Schluss. Genau. Hier haben wir ein Pum-Put-School drauf. Dann haben wir hier. Das war nämlich alles ein bisschen günstiger. Die hätten normalerweise 4,99 und 2,99. Und dann haben wir hier so ein Glitzer-Dino drauf. Die Ärmel sind auch so gehalten. Fand ich richtig cool. Schaut cool aus. Meine Stimme verschwindet. Dann das fand ich cool. 4,99 und 2,99 aus dem Sale. Feuerwehr-Pulli. Richtig cool, oder? Fand ich cool. Musste mit. Dann haben wir hier für die Lea, glaube ich. Ja, für die Lea, für den Sommer schon. Die hat 4,99, war auf 2,99 reduziert. Hier ist eine kurze Hose. Mit so pink mit drin, weiß. Und für den Sommer perfekt. Ideal. Dann aber noch für die Lea. Ein Jumpsuit. Da weiß ich allerdings nicht, was der vorher gekostet hat. Ich glaube 5,99. Wenn ich mich nicht täusche. War auf 3,99 reduziert. Und zwar ist das auch schon für den Sommer. Ups. Und zwar ist das ein fetter Jumpsuit. Mit diesem Muster drauf. Hier ist so eine Schleife mit in der Mitte. Ja, und die Beinchen halt. Das ist ein richtig schöner, angenehmer Stoff. Freue ich mich sehr über das Schnäppchen. So. Und. Dann haben wir hier ein T-Shirt noch. Das ist auch für die Leas. War nämlich von 7,99 auf 1,99 reduziert. Also das ist richtig günstig. Und das finde ich auch richtig schlecht. Das ist ein richtig schönes Sport-T-Shirt. Das ist auch irgendwie von so einer Sport-Kollektion. Ja, ist richtig angenehm. Schöner Stoff von 1,99 statt 97 und dann noch 50%. Ich kann mir wirklich nichts sagen. Dann haben wir hier. Das war auch ein Schnapper. Ein riesen Schnapper. Also das war echt ein Schnapper. Statt 3,99 nur 29 Cent. Und von den 29 Cent ging nochmal 15 Cent weg. Wenn Sie da ausrechnen. Äh, für wen machen wir das jetzt? Ja, kann auch Delia oder Emilia. Kann sie sich auch so. Dann haben wir mal gedacht, für 5, äh, Ja, für den Preis. Wie kann sie das? Ich nicht. Äh, für den Preis, ähm, haben wir gedacht, muss es mit. Richtig schick. So, machen wir mal hier weiter. Dann habe ich, äh, noch ein riesen Schnapper. Das ist jetzt für den Biniwea für den Sommer. Das hat nämlich 1 Euro gekostet. Also 50 Cent statt 3,99. Hier. Und zwar ist es ein Scham-Suit. Ein kurzes Scham-Suit. Perfekt für den Sommer. Hat hier auch so, ne? Genau. Dann haben wir hier zwei Hosen. 2 in 1 nehme ich. Also es sind zwei. Einmal grau und einmal so ein braun. Oder dunkles. Ne, das ist ein dunkles Grau. Und das ist ein helles Grau. Und das hat statt 4,99. 2,99 gekostet. Das ist minus 50. Und dann für zwei Hosen. Das ist ein super Preis. Dann haben wir hier ein stinknormales T-Shirt. Für 50 Cent. Also normalerweise kostet 1,79. Hat 1 Euro gekostet. Also am Schluss nur 50 Cent. Und dann haben wir gedacht, komm. Stinknormales T-Shirt. Kann man immer brauchen. Man muss auch mal normale Uli-Sachen kaufen. Dann ein T-Shirt. Das kostet schon nochmal 2,99. War auf 1,99 reduziert. Dann jetzt so Sommer-T-Shirts. Einmal mit so einem Surfer. Dann einmal vom gleichen Preis her so ein Tiger. Tiger. Dann einmal. Einmal hier. Mit Grafen und Tiger. Perfekt für den Sommer, oder? Macht Bock auf Urlaub. Dann hier. Das fand ich auch recht schön. Das ist auch der gleiche Preis. 1,99. Hier in Orange. Bei euch kommt es nicht so orange rüber. Aber bei mir knallt es. Dann geht es weiter. Dann habe ich nämlich das Oberteil. Das war nämlich für 50 Cent. Heißt 50 Cent minus 50 Prozent. Normalerweise kostet 2,99. Also auch ein Schnapper. Und das ist so ein Oberteil. Das hat hier so ein Oberteil. Hier so. Man kann es glaube ich auch so anfangen. Keine Ahnung. Aber nee. Da gehen die Arme raus. Jetzt. Also ist das oben dran. Das kämme ich schon gar nicht mehr aus. Genau. Auf jeden Fall ein riesen Schnapper wieder. Dann haben wir hier nochmal ein Pikachu. Das hat nämlich normalerweise 3,99. Und 2,99. Das würde sich freuen. Schaut mal. Wie schön das aussieht. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Richtig cooler Pulli. Dann haben wir hier nochmal eins. Das kostet 5,99. War auch 3,99. Das hat jetzt hier. Und zwar ist das hier mit dem Poker-Trolls drauf. Steht zwar gehört dran. Aber ich fand das neutral. Deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich mal Spider-Man mitgenommen. Das hat normalerweise 5,99. War auch 3,99 reduziert. So sieht das aus. Das ist mit Spider-Man drauf. Und dann Mini-Maus. Wieder für die Lea. War nämlich 7,99 mal 5,99 reduziert. Das war das einzigste große von so Zeug. Und zwar ist er ja da mini drauf. Aber ansonsten ist er sehr neutral und schön und dunkel. Und da kann man den schön anziehen. Und jetzt haben wir es gleich. Und Minions habe ich noch gefunden. 5,99 auf 3,99. Da sind die Minions drauf. Und dann haben wir 1,99 und 2,99 im Sale. Ja, Piraten-Style. Haben wir auch noch richtig cool. Man kann sich jetzt hier verkleiden als Polizist und alles. Weil es nicht lustig ist. Und dann habe ich hier noch das letzte. 5,99 und 3,99 und 3,99 im Sale. Ups. Marble. Schaut mal wie schön das leuchtet. Das ist richtig tolle Farbe. Ja, aber das ist sehr froh. Genau. Ja, mein Lieben. Das war der Haul. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ob ihr auch Glück hattet und tolle Schnäppchen beim Kick ergattern konntet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dann!